Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Mittwoch, der 11.03.2020, um 6.29 Uhr. Gleich ist es 6.30 Uhr. Ich bin heute mal wieder ein bisschen früher aufgestanden, weil ich heute um 7 einen Termin habe auf Arbeit mit einer Kollegin, die mir ein paar Arbeitsschritte zeigen wird, die ich dann vielleicht irgendwann auch mal mit übernehme oder ersatzweise vertretenerweise, wie auch immer, durchführen kann. Und das gucke ich mir dann gleich mal an. Jetzt haben wir es, wie gesagt, gleich 6.30 Uhr. Dann stiefel ich mal ins Büro und gucke mal, was ich da heute lernen kann oder mitnehmen kann oder zumindest theoretisch erstmal mitnehmen kann, weil auf bestimmte Sachen komme ich ja gar nicht drauf. Ja, ansonsten, der verrückte Termin ist morgen. Verrückte Termin, naja, also diese Schulung, Umgang mit Veränderung. Es sind noch vier Termine, haben wir gestern erfahren. Die letzten Termine sind jetzt auch relativ voll, weil da die ganzen Nachzügler und Ausfälle reingestopft werden mit und wir haben morgen zum Beispiel eine Gruppe mit sechs Leuten. Es gab wohl schon Workshops mit zwei oder drei. Wir sind morgen zu sechst. Und das Thema ist, wie gesagt, Umgang mit Veränderung, wo man dann auf spirituellem Weg teilweise auch und auf spielerischem Weg an den Umgang mit Veränderung im Privaten vielleicht, aber vor allen Dingen im Arbeitsleben herangeführt wird. Bei mir gab es ja relativ viel Veränderung in den letzten zwei, drei Jahren und ja, ich bin mal gespannt, wie persönlich das wird. Werde am Anfang dann wahrscheinlich auch mitteilen, dass ich bestimmte Sachen völlig ausschließe für mich. Also dieses Meditieren, Reiki, was auch immer, da bin ich nicht so der Mensch für, aber ich glaube, von den Teilnehmer und Teilnehmerinnen am Donnerstag sind einige dabei, die dann sagen, nee, also hier, meinen Namen tanze ich bestimmt nicht. Mal gucken, wie abgedreht das dann am Ende wirklich wird oder für mich gefühlt abgedreht. Da kann ich dann schätzungsweise am Freitag von berichten. Ja, heute geht es nach der Arbeit nochmal kurz zur Agentur Dreispringer. Da treffe ich mich mit Frank. Wir hatten ein paar Sachen bequatschen, wie es jetzt weitergeht, wie ich die Agentur noch unterstützen kann, wie jetzt die letzten sechs Monate waren. Ja, ein halbes Jahr ist es, glaube ich, schon, wo ich jetzt unterstütze. Und ja, dann ist es das für heute. Ich freue mich heute Abend schon auf den Stream von Herrn Buff. Da geht es dann mit Uri 2 weiter. Ich habe gesehen, der Oscar hat gestern Uri 1 gespielt gehabt, glaube ich, als Einstimmung auf das neue Spiel jetzt. Und ich glaube, es geht irgendwann so 18 Uhr los heute, oder? Vielleicht 19 Uhr, 18 Uhr. Wir werden es sehen, wenn da Stream dann angeht. Ja, ich werde heute nicht viel machen. Ich werde off-stream ein bisschen Rated Redemption Dailies machen. Und vielleicht mich nochmal ein bisschen durch Division 2 quillen. Ich habe ja gestern ganz alleine versucht, einen von vier Handlagern aus dem Add-on platt zu machen. Und der hat dann mich platt gemacht. Also da kommen aus allen Ecken irgendwelche Gegner und der Boss rennt rum und knallt dir auch nochmal eine drauf. Und ich glaube, in Summe habe ich etwa eine Stunde gespielt an dem Szenario. Und dann war ich platt. Ich hatte eine Wiederbelebungsdrohne mit, das heißt, ich hatte sogar ein Extraleben, aber auch das hat nicht gereicht. Ich wurde völlig zertreten. Und ich hoffe, dass vielleicht Jermaine irgendwann die Tage, bevor er jetzt erstmal ein paar Wochen im Urlaub ist, mir helfen kann. Wenn nicht, ja, muss ich mich leider geschlagen geben. Musste ich ja gestern auch. Also ich habe dann nach einem Versuch, es war irgendwie kurz nach 5, glaube ich, 17.06, habe ich dann gesagt, nö, das ist mir zu viel. Ich mache jetzt aus. Ja, und dann haben wir gestern noch ein bisschen Fallen Order gespielt. Da sind wir auch nicht so weit gekommen. Wir sind immer noch in einer dieser Grabkammern und versuchen jetzt das finale Rätsel zu lösen. Aber irgendwie gelingt es uns noch nicht, die Kugel, die wir brauchen, die in einem Glaskanister gefangen gehalten wird, da rauszulösen. Und ich habe gestern zweieinhalb Stunden gespielt, abzüglich der jeweils 5 Minuten Intro, Outro, vielleicht so 2 Stunden 20. Und es war schön, hier und da mal ein bisschen zu erkunden. Eine neue Fähigkeit, nicht nur Force, Push, sondern Pull, also Ranziehen, habe ich bekommen. Aber irgendwie, jo, sind wir an dem Rätsel gestern gescheitert. Mal gucken, ob es nächsten Dienstag besser wird. Mein nächster Stream ist am Donnerstag, da spielen wir dann wieder ein wenig Elite. Ich freue mich schon drauf, ihr euch bestimmt auch. So, und jetzt haben wir schon über 5 Minuten, ich wünsche euch was. Habt eine schöne Woche Mitte. Kommt gut durch den Tag. Und wir hören uns dann morgen früh beim nächsten täglichen Vlog. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.